Hallo miteinander, wir nutzen dieses wahnsinnig schöne Wetter hier im Januar in Cartagena dafür, um Ihnen den neuen Bridgestone A40 für die BMW GSLC, also sprich in 120, 170er Format, vorzustellen und dem Reifen gleich auf die Pelle zu fühlen. Wir machen es nicht selber, sondern Hans Dörr, seines Zeichens Kriminal, Polizei Hauptkommissar, so man ist es richtig, nicht Kriminal, sondern Polizei Hauptkommissar, ist seit langen Jahren immer schon ein Mitglied unseres Tests. In den GS-Foren ist er bekannt in den Reifenthema als Hansemann. Hans fährt im Jahr im Schnitt 30.000 Kilometer, in der Vergangenheit vornehmlich diese BMW Boxermodelle, ist jetzt auf die BMW XR umgeschwenkt, aber weiß eigentlich um dieses Motorrad alles. Und deswegen wird er hier in Spanien rund 2.500 bis 3.000 Kilometern unseren Sportreifentest mit der GS begleiten, wird mit uns mitfahren und wird am Ende seine Einschätzung von diesem neuen A40 kundtun, damit wir wissen, ob dieser Reifen auf der LC funktioniert. Hans, du hattest jetzt die Möglichkeit, uns knapp 1.000 Kilometer zu begleiten, bei unserem Vergleichstest auf der S1000R, du bist mit der GS-LC gefahren und hattest dort die Möglichkeit, den neuen A40 von Bridgestone zu fahren. Ich selber hatte auch schon die Möglichkeit, diesen Reifen zu testen bei der Präsentation in Portugal, zwar die schmälere Größe für die alte GS und persönlich war ich sehr, sehr angetan von dem Reifen, was das sportliche Handling angeht und das Feedback. Was sind deine Erfahrungen jetzt nach diesen 1.000 Kilometern mit uns zusammen? Also das ist ein Reifen, der zu dem Motorrad passt. Motorrad und Reifen harmonieren sehr gut in meinen Augen. Der Reifen ist sehr spurstabil, er ist handlich, er ist auch auf der Bremse sehr zielgenau und es ist ein tolles Paket, dass das zusammengeschnürt wurde. Gestern waren wir in Cartagena auf der Rennstrecke, haben ein bisschen Spaß gehabt mit den Motorrädern und auch du hattest die Möglichkeit, diesen Eisenkoffer dort auch mal zu bewegen. Du kamst zurück, gestrahlt, fast gleich wie jetzt und hast gesagt, es kratzt, es kratzt, es kratzt. Wie war das? Ja, also wenn es kratzt, dann gibt es ein leichtes Vibrieren in der Fußraste. Aber es ist tatsächlich so, der Reifen hat nicht nur während der Rundfahrt oder während den Tests sich von einer richtig guten Seite gezeigt, er hat auch auf der Rennstrecke absolut überzeugt. Bei hohen Geschwindigkeiten, der läuft absolut stabil geradeaus. Das behält er auch bei, wenn man die Kurven hart anbremst, mal richtig ankert, sodass alles pfeift. Da wackelt nichts, da rührt nichts und er zieht sauber seine Spur. Und vom Grip-Niveau her, die Fußraste ist natürlich ein Beleg dafür, dass er bis dorthin, wo das Motorrad seine Möglichkeiten hat, einwandfrei funktioniert. Jetzt sage ich glaube ich nichts Falsches. Hans und Boxer war bis vor wenigen Monat eins. Ich glaube, du hast über 200.000 Kilometer auf diesen Boxermodellen verbracht, beziehungsweise auf dem Vorgängermodell. Und wir zusammen haben auch schon mehr Reifentests gemacht, wo wir auch diese Semi-Enduro-Reifen getestet haben auf der GS. Wie ordnest du die 9A40 ein in Richtung der Wettbewerber, Continental, Metzler, Michelin? Also er ist auf jeden Fall ganz oben mit dabei, wobei ich momentan aus dem Bauch heraus keinen von den Wettbewerbern oben drüber setzen würde. Ich habe das schon gesagt, er läuft sehr präzise. Er ist aber trotzdem auch ausreichend komfortabel. Wir sind ja während den Tests auch über sehr schlechte Fahrbahnen gefahren. Ich habe auch die Gelegenheit gehabt, deinen einen oder anderen Feldweg mitzunehmen. Du weißt ja, du hast dich beschwert wegen dem vielen Staub, weil ich da zu schnell gefahren wäre. Der Reifen funktioniert unter allen Umständen. Also ich kann guten Gewissens den Reifen meinen Kumpels empfehlen. Okay, dann danke ich dir. Und es war eine schöne Zeit hier in Spanien. Und es war eine schöne Zeit hier in Spanien. Und es war eine schöne Zeit hier in Spanien.